Yo, 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 hier ist Löderich von Picaston Burrow mit seinem guten Kollege Rammelbert von Fickiehausen und ich heiße euch hier herzlich willkommen bei diesem schönen, wunderschönen Let's Play Together von Dead Space 3. Ei, ei, Captain! Also, Rammelbert von Fickiehausen, wie geht's dir? Mir geht's gut und wie geht's dir, Pornokralle? Sehr gut, oh ja. Nein, Löderich von Picaston Burrow. Also, wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Ja, du hattest hier dieses große Raumschiff da von dir irgendwie befriedigt und jetzt können wir weitermachen. Okay, wie geht das Spiel nochmal? Ja, mit LB löst du. Ja, ich weiß wie. Genau. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ah, wir gehen doch hier durch und dann wurden wir von den scheiß Monsterchen aufgehalten, ne? Ah ja, stimmt. Oh ja. Oh ja. Öffne sie die Tür. Ja, Moment schnell. Bin ich jetzt ein bisschen lauter? Ja, jetzt bist du ein bisschen lauter. Oder ist das besser? Ne, das andere war besser. So? Ja. Okay. Ich will dich ganz tief in meinen Ohren haben. Ja, weißt du, ich sehe immer irgendwie, es ist jedes Mal anders, wenn ich anfange. Oh, da haben wir was vergessen. Komm runter. Ach nö. Upgrade Platin hier. Ja, Platinium oder Platinium hier. Nein, ich muss sie aufnehmen. Klettert er die ganze Zeit? Ich hab keinen Platz. Nein, ich will nicht. Ich will die Platine. Du willst nicht? Ja, er will immer raufklettern, ne? So wie eine alte Oma. Ja. Oh nein. Oh ja. Ja. Du bist in mich hineingegangen, hast du das gesehen? Oh. Vorsichtig. Hier ist die andere Seite vom Schiff. Oh, da kommt jemand. Alter, Alter. Der ist ja... Ah. Den haben wir die Beine weggeschossen. Guck mal. Deine Mutter. Oh. Sie ist tot. Sie ist tot. Nein. Freiheit. Freuen waren wir auf der anderen Seite, ne? Oh mein Gott. Halbleiter, oder? Oh, guten Tag zusammen. Oh, guck mal. Oh, ein bisschen kuscheln. Boah, der fließt voll weg. Boah. Ich hab so gefühlt, von hinten kommt einer. Oder? Du hast ja immer gesagt, ich soll mehr Stase benutzen. Ja, ich hab's gemerkt. Alter, hast du das geliebt? Mach ich jetzt, ne? Oh, ja. PK, so sein Tutorial von Dead Space. Mit Stase. Leute, so benutzt man Stase. Gar nicht. Nee, stimmt. Okay, hier ist, glaub ich, nichts mehr, ne? Ich glaub nicht. Aber ich würd trotzdem mal hoch, oder? Nee, geht gar nicht hoch. Das sah so aus, als ob da eine Leiter ist. Ah, wir müssen hier... Hier gibt's auch nochmal eine Leiter. Ja, da sind wir im letzten Part hochgegangen und haben wollten hier abschließen. Dann kamen alle. Ach, ja, stimmt. So, wir müssen in diesen Aufzug. Den hier. Oh, ja. Dann ruf ihn. Ah, nee, der ist schon da. Der ist ja schon da, sonst wär ich jetzt runtergefallen. Ja, oder wir wären plattgemacht worden. Oh, ja. Wir wären flachgelegt worden. Wenn sich jemand... Oh, mein Controller ist aus. Oh, das ist nicht gut. Ich bin irgendwo entgegengekommen und dann ist er ausgegangen. Oh, dein Controller ist ausgegangen, weil du dagegen gekommen bist. Ja. Oh, das ist ja langweilig. Oh, das ist ja langweilig. Oh, hier ist wieder so ein Rätsel zu zweit. Nee, nee, nee. Hier hat's noch Schränkchen. Das wird richtig lustig. Freust du dich schon? Oh, oh. Nee, warum nicht? Oh, schon wieder. Oh, das ist ja wie Weihnachten. Zwei Stück direkt am Anfang des Parts. Da liegt ja noch was. Achso, das ist von dir. Ey. Hast du gesehen? Ich hab ein ganzes Pokémon Center auf meiner Savebox. Ja, ey. Und ich habe nichts, Mann. Oh, guck mal. Da ist die schon wieder, die rote Zora. Sollen wir erst die Sachen hier sammeln? Ich glaub schon, oder? Ja, ich glaube auch. Das ist ein bisschen sicherer. Ja, noch ein bisschen Stase-Pack und so weiter. Gibt es eigentlich auch einen Anzug, der den Inventar vergrößert? Ähm. Könnte sein, oder? Also in den... Ja, doch, 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 doch. Weil da unten siehst du ja die leeren Felder, ne? Da drunter diese grauen. Aha. Und dann kriegst du später ein bisschen mehr. Also war in den anderen Teilen so, meine ich. Ach ja. Ficky Bärt. Äh, Ficky Hausen. Bist du links oder rechts? Ja, komm. Oh, die rechts. Bist Kralle. Wartet am Schalter. Okay. Oh, musst du das lenken? Ich kann nichts machen. Ich hab gar nichts gemacht. Ich auch nicht. Versuch's nochmal. Wie, nochmal? Okay. Ich versuche den Shuttle-Antrieb testweise zu füllen. Ich geh mal zum Schalter oder so. Wenn ich sterbe, äh, sag, äh, äh, Drake, dass ich ihn liebe. Okay. Okay. Äh, Isaac, ich habe, glaube ich, gerade die Startsequenz initiiert und weiß nicht, wie ich sie wieder stoppe. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Verschwinde da, bevor du geröstet wirst. Das klingt gar nicht gut. Äh, tschüss, ne? Wir werden geröstet oder so. Nein, wir müssen da lang. Warte, da hinten, ne? Alter, die ganze Zeit kommt diese fucking Missionen, ne? Immer und immer wieder. Nein, wir müssen da lang. Oh. Die Wegweiser-Kralle? Wo ist die Wegweiser-Kralle hin? Hier. Ach, da. Komm, schnell. Ich laufe auch noch zurück. Aber wenn wir draufgehen, dann gehen wir gemeinsam drauf. Auf jeden Fall. Dann sterben wir einen Heldentod. Aber was hast du wieder gedrückt, Mann? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendwie kam mein Schwanz auf das Pult. Die brennen irgendwie. Die sind on fire. Das ist Leidenschaft. Ey, guck mal. Oh, da musst du aufpassen. Wir müssen da gleich voll schnell durchbrennen. Oder Stase? Ah nein, ich hab so ein Gefühl, gleich kommen diese Unverwundbaren. Weil die können nur durch dieses Feuer sterben. Alter, ich muss laufen, ich muss laufen. Man kann es, glaube ich, so weit ich weiß, überleben. Wenn man richtig Glück hat. Oh nein, oh nein. Ist das der Unverwundbare, ne? Ja. Ich hatte recht. Du musst Stase benutzen, wenn er bei diesem einen Feuer ist. Also jetzt hier, bei den Turbinen oder nee. Wie nennt man das? Muss man nicht einfach abhauen? Ja doch, komm. Der muss hier durch dieses eine große Feuer laufen. Schnell, ich muss es schaffen. Oh. Du bist noch auf der anderen Seite? Ich würde sagen, du kommst zu mir. Wir müssen auch hier lang. Äh, wie jetzt? Nein, der muss hier durch das Feuer. Dann ist der Turbinen. Der Missionszeiger zeigt dort vor. Ja, aber der sollte am besten... Wo ist der? Aber er wird ja nicht hier geröstet. Nicht mal hier. Bei dem kleinen Feuer. Oder Moment. Ah, das... Ah, doch. Ich glaube, das war bei einem anderen Feuer. So hast du... Ah, scheiße. Verdammt. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht, dass da auch was rauskam. Komm, schnell. Und jetzt durch. Das Gesicht wurde es gespritzt. Habt ihr das gesehen, Leute? Äh, beeil dich mal bitte. Ja, mach ich. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Hinter dir. Ja, äh... Die Kammer vollständig räumen, hast du gehört? Das heißt... Oh, kommen direkt ein paar Gegner. Schnell. Ich hab einfach mal alles aufgehoben. Oh, oh, der kommt hier, oder? Wo ist der? Wo? Müssen wir hier den... Ja, ich hol den Aufzug, ich hol den Aufzug, wenn der kommt. Ja, der kommt. Wo ist der? Ich seh ihn nicht. Ach, da unten. Wo bist du da? Ab mit dir in die Hölle. Schnell, schnell in den Aufzug, Aufzug, Aufzug. Renn, du Sau. Oh, da. Der generiert sich. Ist er nicht süß? Wie schnell diese Necromorphs erwachsen werden. Du kannst wirklich die Flammen stoppen, ohne Scheiß jetzt. Mit, äh, Stase? Ja. Krasser Scheiß. Du musst einfach... In die... In die Flamme? Nee, nee, da ist das ja keine Turbine. Ah, nee. Oh, verdammt. Komm her, komm her. Komm her. Hey, der will mich, der will mich, der will mich. Wo ist der? Alter. Warten auf Aufzug. Er will mehr als nur Kuschel. Hey, ne, da ist ja noch einer, das sind zwei Timm. Oh, warte, komm schnell. Äh, wir müssen woanders hin, ne? Das da. Äh, ja, das sieht nicht gut aus, Leute. Wir sollten rüber. Ich hab mich grad noch geheilt. Ich hab gar nicht gesehen, dass du so gut fachst. Bye, bye. Oh. Das Leute dort klemmt. Wenn das Shuttle startet, bevor es sich öffnet. Verdammt. So schnell. Das Mann dann läuft. Sind wir richtig? Ja, ne? Ja. Schnell, komm. Er kam da raus, er kam da raus. Ich schaff auf den Drücken, Alter. Ich steh vor, wir gehen jetzt so voll gechillt an diese Bergbank. Hallo. Die ruhige Kralle machen wir dann. Nach unten, nach unten. Nach unten? Noch eins runter? Ach so, da. Achtung, hier. Oh, 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 schnell, 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 schnell. Oh, ich hab... Wo ist der? Ich kann ihn hören. Mach, äh, im Gardium Liviosa, schnell, da ist der. Ich hab seine Beine weggemacht. Ui. Oh, holy shit, alter. Alter, die rastet ja hier total aus. Oh. Junge, Junge, Junge. Alter, schon wieder wurde ich getroffen. Ne, Leute, das ist nicht, äh, das ist nicht mein Part. Alter. Oh, nein. Äh, ja, der ist auf, der ist auf, komm. Vielleicht haben wir ja Glück und der kommt hier im Aufzug oder so. Oh, nein, das wär ja der Horror. Du kennst das doch. Der Horror, verstehst du? Ja, der Horror, ja. Oh, okay. Guck mal, ganz gut bin ich auch. Das haben wir ja gut überlebt, ne? Alter, Schwede. Ich hab so'n Gefühl, wir müssen gleich fliegen oder so. Ich hab Angst. Ich hör' etwas. Alter, im Antrieb. Wir müssen auf diese, wir müssen an diese Dinger. Und, hast du Spaß dran? Kennst du das aus dem ersten Teil? Äh. Oh. Was müssen wir jetzt machen? Also, ich hab' das hier kaputt gemacht. Jetzt bewegt sich das hier. Ich mach' die Viecher. Was ist mit dem Tor? Der Antrieb parkt immer wieder. Wir müssen den Antrieb. Ja, ja, ja. Freihauten. Alter, es kommen die ganze Zeit von diesen Viechern jetzt, oder was? Tatsache. Kranker Scheiß. Alter. Rechts von dir. Du kümmerst dich ja darum, ne? Ja, ja. Besuch's. Ja. Besser als gar nichts. Finale Countdown hat begonnen. Finale Countdown? Ja, ja. Ich seh' gar keinen. Alter, wie viele? Alter. Junge. Ich muss mir helfen. Ja, krass. Oh. Oh, oh. Ich hoffe nicht. Musst du jetzt was drücken? Ich weiß es nicht. Ich hab' mal. Ich hab' mal. Und sieht das sexy aus. Oh, ja. Du hast dich gedreht wie ein Beyblade. Beyblade, go! Oh. Kritische Masse erhalten. Oh, hast du es gehört? Ja, ja. Wir sehen uns, wenn du zurück bist. Jetzt Kisten. Oh, ja. Aber auch Minen. Kriegen wir jetzt wieder ein Ding ins. Äh. Ne, Mission. Keine Ahnung. Wir sollten auf jeden Fall ein bisschen plündern. Also bin ich der Meinung. Wenn wir schon mal auf dem Weg dahin sind. Nein, Mission ist immer noch gleich. Ich mach' mal hier alles schön kaputt. Hier ist noch ein bisschen Sauerstoff. Für unterwegs. Ne, ne, brauch ich nicht. Brauchst du nicht? Ne. Ist alles gut. Geht das denn nicht kaputt? Bin ich blöd? Krass, das geht. Ih, was sind das für Viecher? Was, die Minen? Die da. Ich muss erst mal gucken, wo du bist. Hier unten. Ähm. Ach, da hinten. Weiß nicht. Ich seh's grad nicht. Wo bist denn du? Ja, ich... Pass auf, pass auf, die... Ja, ich wollte die grad abschießen. Hast du gut gemacht? Ja, danke. Ach, du meinst diese Dinger, die immer was schießen, ne? Ja, genau. Oh, die sind hier. Ja, das sind... Das sind nervige Gegner. Da musst du voll oft drauf schießen, bis die mal sterben. Also normalerweise. Hier ist es eigentlich ganz zippel. Normalerweise, normalerweise. Hier hat es noch ein Kistchen. Weißt du, woran die mich erinnern? An Arschlöchern. Oh ja. Ah, der Werkbaum. Oh oh. Verbindung unterbrochen. Bist du noch da? P.K.? P.K.? Nein. Tu's nicht. So, Leute. Ja, da war eine kleine Unterbrechung. Ihr habt's ja gesehen. Internetprobleme und so weiter. Und wisst ihr, wie das gekommen ist? Wisst ihr wie? Wie, ey? Ich habe mit meiner Kaffeemaschine, die habe ich in die Mikrowelle gestopft. Und dann habe ich sie einmal um 180 Grad gedreht und angeschaltet. Er wollte gucken, ob er des Internets würdig ist. Ja. Er wollte Verbindung aufbauen. Schieß die Mine ab. Schieß die Mine ab. Sie verfolgt mich. Ja, die verfolgt dich. Boah, korrekt. Nice. Nice. Jetzt habe ich den Orientierung verloren. Den Orientierung? Ach ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei den Arnissen. Guck mal hinter dich. Guck mal hinter dich. Bei den Arnissen. Guck mal hinter dich. Hinter mir, was? Oh. Ach so, ich habe nur einen Laser gesehen von dir. Aber mehr nicht. Ja, ich habe sie erschossen. Die Mine. Oh, danke. So, Internet wieder weg. Der goldene Ritter. Das Internet. Die unendlichen Weiten. Ey, da ist eine Truhe oder so. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ach, das ist die Werkbank. Nee, das ist eine Vorratskiste. Geil. Heftig. Komm her. Aber du bist dann gestorben. Ich bin dann gestorben. Au. Alter, wie bist du denn geflogen? Das sah richtig geil aus. Alter, Junge. Alter, wir werden die ganze abgeschossen. Ja, da ist ein Vieh. Da. Wo sind die? Ach, da direkt. Oh. Nee, nee. Da scheißen die einfach auf uns. Siehst du? Aber wo geht die Kiste nicht auf? Oh, die sind jetzt... Ja, wir müssen zu zweit öffnen. Äh, wie kann man sich gerade stellen? Äh, indem du L, den linken Stick, reindrückst. Ja, und jetzt? Den linken Stick. Hast du reingedrückt? Ja, ja. Oder der... Nee, doch. Ah, warte, warte. Ah, jetzt. Jetzt habe ich es verstanden, sorry. Hast du den rechten reingedrückt, oder was? Oh. Oh. Lol. Militärantrieb. Nice. Oh ja, nice. Nice. Äh, wo müssen wir eigentlich lang? Ähm, gute Frage. Erstmal hier die Sachen noch holen. Oh, du hast das schon geöffnet. Das hast du noch nicht geöffnet. Ja, weil ich habe vergessen, dass man ja hinstehen kann. Hier gibt es nochmal Sauerstoff. Oh. Oh. Oh ja. Richtig schön saugen. Da ist ja gar nichts mehr drin. Du hast alles geklaut. Ich habe alles geklaut. Alter, da kommt einer geflogen. Alter. Alter. Oh, eigentlich. Ich verbrauche ja mein ganzes Pokémon-Center. Ey, der kommt in den Bogen geflogen. Siehst du das? Ja, der weiß halt, wie man ballert, ne? Ja. Der weiß es echt. Aber woher kommt das? Ja. Da. Ah, der ist da. Da. Erstmal alles schön kaputt machen. Alles pulverisieren. Oh ja. So. Ih. Eklig. Ja. Der hat den roten Stuhl. Der hat, wie nennt man das? Ehek oder Ehek oder so? Ah, das Gurken-Syndrom. Gurken-Syndrom. Oder die Gurken-Krankheit, oder? Die Gurken-Krankheit. Wer weiß, vielleicht hat er sich an die Gurke hinten reingeschoben, ne? Vielleicht liegt das ja daran. Vielleicht ist darum das Internet rausge-ge-gefallen. Ja, ich glaub auch. Daran muss es gelegen haben. Oder vielleicht wollen wir WhatsApp nicht gelöscht haben. Ja, ich glaub. Ich glaub eher daran lag es. Wir müssen aufpassen. Das ist eine Verschwörung. Das ist nicht mehr die Illuminati und so. Das ist jetzt Facebook. Geil. Munition. Oh ja. Oh. Teile. Wann kommt denn mal wieder Wolfram oder so? Alter, lass mich auch. Oh ja. Wann, wir müssen sicher hier runter, oder? Ja. Ja, ja. Jetzt bin ich voll drauf. Jetzt bin ich voll auf Hero. So, 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 so kratzig. Keine Ahnung. Da hat jemand, ich weiß auch nicht, der mochte das Schiff nicht. Oder das Schiff, das ritzt sich. Hey, guck mal. Nimmst du das mit? Oh ja, den guten Stoff müssen wir auch mitnehmen. Bayblade, go. Ohne geht nicht. Achtung, Bayblade. Let's Bayblade. Ah ja, das heisst ja im Deutsch, let's Bayblade. Oh, wir dürfen wieder fahren, oder was? Warte mal. Was müssen wir machen? Wir müssen hier rein. Ja, warte mal, warte mal. Hier hat's eine Tür. Waren wir da nicht schon mal drin? Sag mal, wieder eine Mission. Warte mal, ich schau mal. Ja, aber das ist eine richtige. Ja? Waren wir hinteren schon? Doch, ich mein schon. Hat es hier nicht irgendwie so ein Waffenteil gefunden oder so? Warte mal, ich will mal schauen, ne? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Hm. Also, wir müssen nach da. Also nach hinten. Ja, 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 ja. Wir können ja erstmal hier gucken. Ah. Ja, okay, das brauchen wir ja nicht. Wobei, wir können unseren Anzug ein bisschen skillen, wenn wir schon mal hier sind. Ja, mach mal. So, dann gucken wir mal. Trefferpunkte könnte ich erhöhen. Ja, ja doch, mach ich mal. So, was haben wir hier noch? Altmetall. Luft. Ja, komm, mach ich Luft mal auf voll. Ich brauche das Altmetall nicht. Luft. Ah, Wolfram. Junge. Immer fehlt das, ne? Ah, Stase. Wolfram. Ja, war klar. Die Dauer kann ich erhöhen. Immerhin. Ah, immerhin. Was noch? Nachladen. Okay. Ja, komm. Mach ich auch mal nachladen. Und ansonsten... Oh Mann. Reichweite. Oh, da fehlt mir Altmetall. Reichweite. Ja, ist egal. Scheiß drauf. So, du darfst dran. Ja. Endlich. Oh ja. Ne, Kinesis und Stase, das ist ja... Ja, ich weiß, das ist nix für dich, ne? Ne, ne. Du bist eher der Tank unter den Isaacs. So, Luft voll. Panzerung, was ist denn das? Panzerung, damit du mehr Trefferpunkte, glaube ich, einstecken kannst. Dann kannst du noch mehr Dildos hinten drin haben. Yeah, ich hab alles auf drei. Dann wird das Loch erweitert. Bin ich jetzt härter? Guck mal, ich hab ein dickeres Ding auf dem Rücken. Oder? Oder täuscht das? Doch, doch, ich mein schon. Hier kam ein Lift. Aber hier müssen wir nicht langkommen. Ne, ne, wir gehen voll zurück. Wir gehen weiter. Genau. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Es kommt bestimmt gleich wieder eine Nebenmission. Ja, ich denke auch, ne? Ah ja, wir sollten... Stimmt, wenn wir an die Bergbank jetzt gleich gehen, dann ist ja unser kleiner Robo-Freund wieder da. Genau. Und wir sollten wirklich mal einen Ort suchen, wo es mehr gibt, als immer nur so ein bisschen. Ja, ja, ja. Damit wir dann ein paar gute Sachen bekommen. Willst du wieder fahren? Ja, ja. Ja, komm, darfst du heute. Ja, geil. Du, da vorne sitzen. Ich sitze zenten wie die Coolen im Bus. Oh ja. Oh ja, deine goldene Rüstung. Sie schimmert so von hinten. Ach, wir müssen wieder auf die Greeley zurück. Mach du mal. Ich mach einfach hier. Genau. Festhalten. Ich fahr es, eh? Äh, äh. Nee, nee. Ah so. Oh, oh, oh. Äh. Willkommen bei Flexbusreisen. Hier, äh, zuverlässiger Reisepartner in Sachen Weltraumscheiße. Sind wir schon da? Hier sind ein altes Rad. Hier im Kühlschrank. Sind wir schon da? Dort sind meine Pornosammlungen. Wann sind wir denn da? Äh, halt die Schnauze. Jetzt wird das Fenster zugemacht. Äh. Äh, ja. Tschüss. Oh, beide gleichzeitig. Als wenn wir das gewollt hätten. Oh, siehst du das? Hey, hallo. Diese große Form. Guck mal, dort unten. Wo bist du? Wo? Hier, wo? Was? Guck mal. Wir gehen da nach unten, zu diesem Teil. Ich such dich, aber ich seh dich nicht. Aber ich folg dir einfach mal. Ah, da, da. Oh, hast du wieder Internetprobleme? Nee, hab ich nicht. Ich hab dich nur nicht gesehen. Du warst einmal weg. Ja, ja. Ach, das sind doch die Töten. Nee. Den hast du getötet. Oh, da kommt der Nächste. Der will kuscheln. Ich mach alles kaputt. Alles kaputt. So. Aber irgendwie ist hier ein... Ah, doch, doch, doch. Da war irgendwas. Manchmal ist nix, ja. Oh. Was passiert? Das ist ja immer aus dem Loch gekommen, als ich etwas aufsammeln wollte. Der wollte... Naja. Oh, hier ist so ein großes, äh... Oh. Oh, ja. Alles her. Komm her. Altmetall, was ich eben brauchte. Oh, ja. Aber natürlich kein Wolfram, wie immer. Wolfram. Ja, oder Wolfram. Nein, Wolfram. Wolfram. Aber ich wurde getroffen. Wolverine. Ich wurde getroffen. Ich wurde getroffen. Du wurdest getroffen? Oh nein. Ich sterbe. Die Isaac Clark. Sie... Sie geht unter. Aber wir müssen dort nach oben. Hier. Wo? Wo ist hier? Ey, jetzt wird uns irgendwie was mit Chinese gesagt. Zieh in der Klinik. Müssen wir das mitnehmen oder so? Äh, hallo? Äh, keine Ahnung. Moment. Ich muss selber gucken. Ich verstehe. Ich verstehe nicht. Ah, da, da, da. Hier, ich hab irgendwie dieses Ding hier. Aber das brauchen wir nicht. Oh, ich hab dich abgeschossen. Ah, da. Wir müssen die Dinger hier abmachen. Und da müssen wir den Antrieb, glaube ich, rausholen. Wingardium Liviosa. Du hast keine Ahnung, wie das geht. Oh, mein Gott. Blablabla. Oh, nice. Und jetzt? Jetzt stöpst du dich raus. Oh, du hast ihn rausgezogen. Ja, Clark. Ich bin kein Idiot. Und lassen Sie die Einspritzer fest einrasten. Ich will nicht, dass Sie sich mitten im Flug lösen. Arschloch. Oh. Wo? Okay, Leute. Ich hab den Antrieb. Ist alles bereit? Leid nicht ganz. Warte mal. Wir werden wie Lilipotaner im Drücke pilotier gestoßen. Ja, ja. Woher kam der? Ich weiß auch nicht. Der kam irgendwie von da oben, wenn man oben, ja, sagen kann. Nee, es gibt keine oben. Es gibt nur unten? Nee, gibt's nicht. Oh, jetzt müssen wir noch Satelliten aufgabeln. Oh, Gott. Flugschreiber finden. Gib mir auch Luft. Ah, diese Mission. Diese Mission ist irgendwie ein bisschen ätzend, ne? Wie ist leer? Hast du schon alles rausgesaugt? Ja. Tut mir leid. Hey, wir müssen zurück zum Bahnhof. Zum Bahnhof? Oh, ja. Zu Thomas? Ja, zur kleinen scheiß Lokomotive. Wo ist denn der dicke Kontrolleur? Ja. Er klebt am Boden fest. Die alte Sau. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Blöde Kuh. Guck mal. Spin me, baby, right now. Blablabla. Ich glaube, mein Spiel ist kaputt. Du bist so ähnlich wie, äh, Starlight Express. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Oh, Mann. Guck mal, was ich kann. Moment. Da. Ich schau dir zu. Los. Mach Breakdance. Oh, ja. Jetzt bin ich auf dem Kopf. Oh, ja. Genau so. Ja. Du schimmerst. Bin ich auf der Seite. Du, du bist wie ein großer Wichsfleck, der näher kommt. Oh, nein. Jetzt darfst du fahren. Ich darf fahren? Okay. Bitte einsteigen. Typ, typ. So. Wohin fahren wir denn? Äh, gute Frage. Wohin willst du denn? Ja, wo blinkt's denn? Wo blinkt's denn? Ah, jetzt müssen wir zu Roanoke. Oh, ja. Drei Flugschreiber. Dann, auf geht's, Captain. Hast du gedrückt? Ich hab gedrückt. Ja, ich hab den Knopf getätigt. Ich will raus. Sind wir schon da? Warum ist hier so viel Schrott, ne? Ich weiß auch nicht. Das sieht irgendwie so aus, als ob wir dagegen fliegen. Ich weiß auch nicht. Nee, nee, du machst noch die Kurve. Sorry, Leute. Alkohol am Steuer, nicht nachmachen. Alkohol am Steuer, ungeheuert. Oder? Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, wo denn sonst? Vorsicht, bei der Einfahrt. Und tschüss. So, was müssen wir jetzt besorgen? Ich weiß nicht. Irgendwo in der Mitte? Wir brauchen galaktisches Gleitgel. Somatgel? Ach ja, das galaktische Gleitgränchen. Oh ja, da, tatsächlich. Somatgel. Alter, wenn man vom Teufel spricht. Dann bekommt man's. Oh ja. Hey, guck, das Raumschiff. Oh ja, Raumschiff Enterprise. Gibt's hier noch irgendwas? Der andere. Ich guck da unten, oder? Nee. Moment, waren wir hier nicht. Oh, Mie, Mie. Ah, da müssen wir was reinstecken, oder? Da fehlt nämlich was. Ja, der fährt das doch hier hin, hab ich gemeint. Der fährt das oder wir? Ja, ich glaube schon. Wir müssen jetzt Flugschreiber finden. Und das gibt's in den Solar-Satelliten. Ach, ja. Ich hab einen. Du hast eins. Einer von drei. Kommt natürlich erstmal was entgegen. Also alle, die Solar-Rays haben. Genau. Da vorne seh ich auch noch eins. Das gehört mir. Ich geh das links. Du das rechts. Du gehst das links, okay. Dann geh ich das rechts. Dann machen wir die Wand dort. Mit den vielen Kästchen. Oh ja. Das ist ja jede Menge, ne? Alter, stell dir vor. Wir müssen echt mal so einen ganzen Part machen. Alles sammeln. Alles sammeln Part. Ja. Bis zum letzten Atemzug. Bis zum letzten Atemzug. Atemlos durch das All. Äh, bla 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 bla. Keine Ahnung, Mann. Das kann ich auch nicht. Zum Glück nicht. Nee, ich hör keinen Schlager. Geht mir weg damit. Ey, warum kann ich das andere nicht rausziehen? Musst du das erst da hinbringen oder so? Ich, äh. Irgendwie. Ich hör Hardcore Metal Punk. Oh ja. Ah, jetzt geht das. Lol. Nee, immer noch nicht. Warum nicht? Ich mach die ganze Zeit Wingardium Diviosa und der nimmt das nicht. Der will nicht. Das ist A. Einfach A drücken. Musch A drücken? Ja. Nee, nee. Ja. Boah. Alter. Was haben wir am Machen? Ah. Äh. Hey, hast du gewusst? Das ist ja der zehnte Part hier. Oh ja, Jubiläum. Wir haben es erst jetzt gemerkt. Ja. Wir müssen noch eine Party feiern. Wir müssen jetzt ein Special raushauen. Was muss ich hier herstellen? Der geht jetzt 10 Stunden, Leute. Nein, Spaß. Oh. Da ist der nächste. Ah, wir müssen an der Werkbank. Ja? Ah, drin ist einer. Ja, ja. Wieder bei dem Eingang. Weißt du wo? Der hat was verloren. Moment. Ich muss erst mal gucken. Ach, da. Boah. Was ist das denn für ein Weg? Nein, nein, nein. Das ist ja von der Seite. Zeig dir wo. Oh, so macht Gail. Jetzt bin ich irgendwie falsch. Keine Ahnung. Egal. Schau. Ich geh den anderen Weg mal. Ich check die Lage. Wie ist die Lage? Sie ist, äh... Halt die Schnauze, Christoph. Sie ist unten. Alter. Ach so. Meinst du Klickzoom? Hallo. Ich geh mal herstellen, ne? Und dann geh ich an die Werkbank und du hast keinen Vorteil. Tatsächlich. Da können wir rein. Ja, da waren wir ja schon drin, ne mal. Oh ja. Du hast recht. Lang ist es her. Oh ja. Neun Parts. Wie du reinbestampfen kommst, so. Ja, natürlich. So richtig God of War. Oh ja. Mit Bart. Ja. So richtig Fanpost 2 mäßig. Es kommt ein dicker. Achtung. Ein dicker. Oh mein Gott. Wie du die Lage gecheckt hast. Hier steht irgendwas. Ich glaube... Ah, hier. Moment. Was? Hast du was gefunden? Willst du es mir zeigen? Packst es gleich aus. Ah, guck mal. Neuer Anzug. Ne, wir haben ja schon. Warte, Anzug wechseln. Ah. Es gibt immer noch keinen neuen. Oh, Leute. Die guten alten Zeiten. Die guten alten Zeiten. Jetzt gucke ich erst mal. Ich habe jetzt... Stimmt. Ich hatte ja ein bisschen Altmetall gefunden. Das müsste ja heißen, ich könnte hier ein bisschen... Tatsächlich. Chinese. Oh. Das ist Bullshit. Ich glaube, ich mache lieber das hier. Chinese. Ja, Reichweite. Also, wir müssen ja jetzt... den Bot besser einsetzen, oder? Genau. Ah, du hast schon... Ah, hier... Ja, jetzt weiß ich auch wieder, wo du meinst, wo wir sind. Den Bot setzen wir später... Also, wir checken dann öfter mal die Räume und gucken dann, wo es dann am meisten ausschlägt. Oh ja, wo es ausschlägt. Oh ja. Wo die Kanone am Glühen ist. Wo es Bum-Bum macht. Oh ja. Jetzt gucke ich mal. Welche Waffe könnte ich ein bisschen modifizieren? Hier könnte ich erst mal was reinstecken. Ja. Wie? Ach, dafür brauch ich 20? Oh Mann, ey. Ja, okay. Ist okay. Was haben wir denn noch? Ja, mit dieser Spitze bin ich nicht ganz. Aber das hier ist... War es konische Streuung? Oh. Ja. So, das war's. Das klingt... Klingt sehr gut. Und jetzt sollten wir Kurs auf den nächsten Raumfahrtweg setzen und schauen. Nein, Robert. Wir fliegen zum Planeten. Ali, ich weiß, dass alles so angefangen hat. Aber das ist eine Nummer zu groß für uns. Wir können es nicht mit einem ganzen Planeten voller Monster aufnehmen. Wenn nicht wir, wer dann? Earthgoth gibt's nicht mehr. Robert, nur wir sind übrig, die das schaffen können. Und das weißt du. Ali, du musst zugeben, dass es Wahnsinn ist. Woher sollen wir wissen, dass es da unten wirklich eine Lösung gibt? Weil du es mir gesagt hast. Im Quartier des Admiral. Du sagtest, abschalten. Und genau das werden wir machen. Das habe ich modifiziert. Eine zweite Stufe davon. Kennst du die Waffe noch? Oh ja. Zeig sie uns nochmal. Ali hat recht. Oh ja. Wir haben eine Chance und die werden wir nutzen. Sie können entweder mitkommen oder versuchen, uns aufzuhalten. Das ist so galaktisch gut. Oh ja, ins Gesicht, komm. Los. So, ich glaube, ich... Hallo? Ja? Hier ist nichts. Also, ich denke mal, wir haben die drei... Der Part ist, glaube ich, jetzt genug lang, oder? Ja, glaube ich auch. Im nächsten geht's dann weiter, Leute. Du darfst die Absage machen. Absage. Ich darf Absage sagen? Okay. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann, haut rein und schalt wieder ein, wenn es wieder heißt. Survival Horror Time mit PK und Horrorjumper. Auf Wiedersehen. Bye-bye. Yo.